sind wir schon on air ich stelle euch heute das ist nicht das richtige herzlich willkommen zur heutigen ft-Abi-Plattsfall grüß Gott ich begrüße euch wieder zu einer sendung der ft-Abi-Plattform es wird ja sagen boah komisch der couch hier gemütlich ja das ist eine neue serie die heißt couch tipps und ich vermute dass ihr ja auch auf der couch sitzt oder im zimmer privat irgendwo also wollen wir es auch bisschen gemütlicher machen und wichtig ist mir jetzt bei dieser serie dass es eigentlich fast eigentlich nur ums abitur geht und hier um ganz konkrete abiturstipps jetzt zum start den start will ich immer so gestalten dass ich ausbildungsplätze einer firma unserer region also mein taube region ganz breit gefasst von würzburg bis heilbronn also ganz weit gefasst vorschlage dass vielleicht der eine sagt oh das ist vielleicht eine chance für mich ich war vor kurzem in lauda das ist bar station zwischen würzburg und stuttgart oder halbbronn und die firma lauda besucht kältetechnik und ich war unheimlich erstaunt was hier geleistet wird es war für mich faszinierend wie modern wie zukunftsweisend ist so und jetzt habt ihr hier das was der chef dr wopser toller typ was er sucht mechatroniker für kältetechnik also überlegt euch ob das nicht ein ein spezielles gebiet ist wo gerade vielleicht tegela sich interessieren ihr habt ja unten www lauda punkt de und diese firma hat vor kurzem so eine kleine sequenz gedreht die kann jetzt zwar nicht den ganzen titel nennen sondern geht bei google rein mechatroniker kältetechnik und dann gibt er noch lauda ein und dann kommt dieser film von so ungefähr zwei minuten sehr informativ und sehr schön gemacht und jetzt habe ich noch das zweites das muss ich umbauen ein zweites und das ist die schülerzeitung www schülerzeitung minus tbb de so und dort findet ihr einen artikel über diese firma lauda geschrieben von unserem spezialisten für firmen pascal also da könnt ihr euch noch genauer informieren so aber jetzt legen wir los jetzt muss nur kurz die die bohrer bitten die hinten die uhr den stats signal zu geben denn das passt sehr gut ist eine wunderbare überleitung diese sequenz dieser film dieser sendung soll kurz zackig knapp und klar sein also nicht länger als 20 minuten ich sehe die uhr also ich drücke auf tempo dass ihr das geboten bekommt was ihr wollt in ganz kurzer zeit also das war jetzt ganz schnell die firma vorstellung und jetzt zum tipps zum deutsch abitur jetzt habt ihr hier meinen abit trainer wenn ihr ihn kauft macht er mich nicht reich aber auch ich mache ich schlau sage ich mal so direkt dieser trainer ist eigentlich sinnvoll für leute die probleme haben in deutsch also wenn jemand begabt ist braucht er sich gar nicht anzugucken wenn einer aber sagt ich will strukturen haben ich will wissen wie kann eine einleitung gestalten ich will wissen will zeiten soll ich schreiben ich will wissen wie ein zeitplan aussieht zu jedem schriftlichen api aufsatz art habt ihr einen aufsatz drin habt ihr visualisiert drin habt der tipps drin habt ihr einen zeitplan drin noch viele viele andere dinge mehr also die die für die letzten zwei jahre der oberstufe des nummer zur information ich werde jetzt mehrere sendungen machen immer zu einer aufsatz art aber heute ist es allgemein das würdet ihr jetzt kurz gefasst auf der seite 34 finden was ich jetzt in aller ruhe euch darstelle jetzt wirklich tipps konkret erfahrungen von mir aus über 20 jahren wenn jetzt abitur geht würde ich euch raten überlegt euch doch mal ganz genau welche aufsatz art ist eure stärke also bitte nicht so blind da reingehen und rumblättern wie blöd und sagen okay was nehme ich jetzt vielleicht kostet zeit ist eigentlich auch dumm also vorher habe einen plan gemacht und jetzt gehe ich einmal ganz kurz so durch und gebe euch paar tipps wenn ihr nicht so gut in deutsch seid dann nehmt die pflichtlektüre ich weiß jetzt wird jetzt sagen boah da müssen wir das lesen und so weiter tut es ihr seid bestmöglich vorbereitet besseres geht gar nicht als pflichtlektüre ist die große chance für leute die probleme gewisse probleme haben wenn ihr so ein sachlicher typ seid also tegela matte gut informatik gut tipp textörterung textanalyse nicht schlecht das würde ich dann raten wie gesagt das ist dann ganz ganz ausführlich dargestellt in meinem abitrainer wir machen jetzt weiter lyrik lyrik naja also nur für leute die wirklich damit was anfangen können wer bei bachmann nur bahnhofer steht also bei der lyrikerin das bitte seine finger davon lassen jetzt weiter textinterpretation würde ich eher abraten wenn ihr gut seid macht aber wenn ihr probleme haben text zu erfassen würde ich nicht machen so und jetzt kommt der essay also das ist russisch roulette ich würde es nicht machen es sei denn ihr seid wirklich gut ihr kennt die deutsche literatur ihr könnt mit der sprache spielen und 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 dann nehmt sonst würde ich jedem abraten also oft sind es gerade die leute nichts können nichts wissen nichts drauf die zu faul sind die pflichtlektüre zu lesen und dann denken essay kommen sie billig davon das ist die kurse so deutlich unter fünf punkte ich würde also wirklich warnen davor so jetzt seid ihr vorbereitet ihr wisst ungefähr also noch mal ein tipp nehmt zwei aufsatzarten wo ihr halbwegs gut zeit also auf eine zu setzen finde ich riskant also zwei so ich bin kurz durch es ist 7 uhr 45 versucht in dieser zeit jetzt nicht unbedingt noch mit euren klassenkameraden rum zu diskutieren was was neben stu und was hast du vorbereitet totaler blödsinn also heißer tipp geht aufs klo schließt euch ein meditiert aber diskutiert nicht mit den klassenkameraden was die alles gelesen haben gemacht haben getan haben das macht euch nur verrückt so gegen 7 uhr 45 so ist bei uns an der schule könnt ihr reingehen jetzt kommt der nächste tipp lasst euch doch schnellstmöglich zehn zwölf blätter geben und oben steht name vornamen geburtsdatum fach also ich mache immer deutsch deutsch ist mein gebiet deutsch fühlt die doch schon mal aus also könnt ihr doch schon mal loslegen da erstmal tut ihr eure nervosität ein bisschen reduzieren ich habe was zu tun es ist sinnvoll so jetzt kommt ein tipp also der sehr speziell von mir aber ich habe damit sehr gute erfahrungen gemacht schreibt nur einseitig also mein tipp schreibt nur einseitig ich weiß es werden die ökofuzis kommen und sagen deswegen wird der amazon ist abgeholt deswegen im schenk wenn ihr einseitig schreibt und er kommt durcheinander habt ihr relativ schnell ein ordnungssystem wieder wenn er beidseitig schreibt ist ein gewisses chaos also ich würde euch raten einseitig zu beschreiben dann könnt ihr gut ordnung halten ich würde euch raten zehn blätter mal zu nehmen oder zwölf blätter also bei mir schreiben die leute um die 14 seiten so im durchschnitt sagen wir mal 10 10 blätter 1 strich offen lassen und durch 2 strich offen lassen und am ende schreibt er hin wegen mir 1 strich 12 2 strich 12 dann wisst ihr zwölf seiten alles klar geordnet und ihr habt diese zehn minuten wo ihr total nervös sein ich sag's euch dort ihr ahnt gar nicht wie nervös ihr sein werdet total nervös also jetzt habe ich schon mal was gemacht also jetzt ist es 7 uhr 7 und 50 58 so wie ein silvester countdown läuft es geht auf 8 uhr los und jetzt noch ein tipp nehmen wir das beispiel bleiben aber pflicht lektüre das nehmen also viele die eben nicht ganz so gut sind in deutsch also pflicht lektüre dann macht doch einen zeitplan euch das mache ich ganz ernsthaft bei sechs stunden kann man sich sehr sehr wohl verschätzen in der zeit also hier habt ihr in meinem buch ganz genaue zeitpläne drin würde ich euch raten aber bitte nicht mit minuten sondern mit uhrzeiten also wegen mir 8 uhr bis 8 15 die einleitung stehen 8 15 bis 8 45 durchgearbeitet haben von wollen das gibt euch ein gefühl der ruhe der sicherheit und das würde ich jetzt raten jetzt ist 8 uhr zack die sache beginnt ihr schlag natürlich jetzt nicht auf zig andere sachen sondern pflicht lektüre aufgeschlagen sagen wir beispiel homo faber wow seid ihr vorbereitet überfliegt die stelle wow könnt was sagen dazu achtet auf die zweite aufgabe aber ich würde ich jetzt nicht übertreiben ihr müsst jetzt sofort perfekt sein ich habe noch zeit noch viel zeit das machte mal langsam aber nur überlegen worum geht es vermutlich kennt ihr es also und das stelle ich jetzt einmal so dann würde ich euch raten ihr habt so ein grünes blatt und weißes blatt bitte nicht verwechseln nicht farbenblind sein grün ist manuskript weiße blatt ist original oder die reinschrift so jetzt würde ich euch raten 8 uhr 8 uhr 1 8 uhr 2 nervosität noch immer noch groß vielleicht aber jetzt schon gemäßigter ihr wisst ja was drankommt in der pflicht lektüre schreibt doch jetzt den zeitplan hin in aller ruhe so versuche da unten zu bringen ganz ruhig zack 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 so also jetzt habt ihr den zeitplan stehen bis sagen bis 13 uhr heißer tipp nicht 13.30 hinschreiben bis 13 uhr den zeitplan machen ihr braucht einen puffer das können aber schief laufen und ihr braucht auch zeit um durchzulesen gut also zeitplan steht jetzt bei der pflicht lektüre wisst ihr ja auch den inhalt also die einleitung zum teil könnt ihr schon schreiben also wie das genau geht man eine eigene sendung dann aber die einleitung können schon mal zum teil schreiben ist ja klar der homophobe verändert sich nicht nur weil ihr abitur macht ist ja quatsch also inhalt bleibt also macht ihr mal eure einleitung dann seid ihr 8 uhr 10 12 14 da steht schon mal was so und in diesen zehn minuten habt ihr euch nach unten gebracht die ganze nervosität ihr habt ihr was getan ihr habt was geschrieben es steht was ihr habt den zeitplan ruhe gibt es euch so und jetzt zieht das ding durch und noch was noch ein tipp schreibt mit füller jetzt ich weiß jetzt kommen die leute sagen war ich habe noch nie mit füller geschrieben was soll ich mit füller schreiben tut es noch ein tipp tut es doch in den klassenarbeiten schon ich weiß ich diskussion kenne ich langsam wenn nett dann nimmt halt ein filzstift aber bitte ein füller könnte doch wirklich für eine prüfung es wert sein und bitte 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 nicht den füller in der prüfung einweilen sondern macht doch bitte in den klassenarbeiten üb macht tut heißer tipp ersatzpatronen dabei haben natürlich noch ein tipp also habe ich auch schon erlebt ihr habt eine uhr dabei ein handy ist keine uhr ist enttäuschungsversuch also ist wohl auch klar also bitte schreibt mit füller habe es dabei und einseitig haben auch schon gesagt damals auch schon drauf so und jetzt geht in aller ruhe schritt für schritt weiter und ihr vergleicht zeitplan okay mit wurde er steht wenn ihr schneller seid okay schön wenn er langsam seid wisst ihr ihr müsst ihr gas geben so jetzt immer mal in der pflichtlektüre ich denke bei der einleitung ist nicht diskutieren das machen anders mal jetzt wenn ihr wissen wollt so war worum geht denn überhaupt hier dieses dieses aufsatz dann schaut euch nicht die erste aufgabe anschaut schaut euch die zweite aufgabe an die erste halt interpretieren sie die stelle als da kommen nicht weit aber nehmt die zweite aufgabe hier wird klar gesagt okay worum was ihr vergleichen sollt welches werk und was im zentrum steht wer das diese zweite aufgabe euch den kopf abgehen lassen dann dämmert ihr darum kreist vermutlich auch die erste stelle darum kreist dann die die stelle bei den anderen büchern und denkt dran die zweite aufgabe zählt mehr als erste aufgabe also spüren wir mal kurz durch was gerade ich meinen schülern also fünf sechs seiten erste aufgabe sechs bis acht seiten zweite aufgabe so ungefähr einleitung ungefähr eine seite schluss ungefähr eine seite also wie gesagt es gibt eine eigene sendung da könnte ich noch genauer sagen also so ist so über den daumen gepeilt zweite aufgabe okay habt ihr euch mal angeguckt so und jetzt überlegt euch wenn ihr interpretiert in der ersten aufgabe und ich habe eine stelle wo ihr wunderbar vergleichen können die aber auch schon auch der ersten aufgabe vorkommt tipp erwähnt nur kurz haltet pulver trocken und benutzt es in der zweiten aufgabe wo ihr dann vergleichen könnt mit donton und mit agnes mit homo farber mit walter farber und die hannah und isabel und und so weiter also würde ich aus taktischen gründen machen weil die zweite aufgabe ja mehr zählt und ist einfach blöd wenn in der ersten aufgabe schon alles erläutert habt und der zweite ist wiederholt nur frage der taktik ihr wollt ja gut durchkommen bei der zweiten aufgabe also spüren wir kurz durch ich sage mal so wie ich vorschlage im abitrainer einleitung zwei zeilen frei erste aufgabe fünf sechs seiten eine zeile frei dann seid ihr in der zweiten aufgabe so bevor er der zweiten aufgabe starten könnt braucht ihr den vergleich ich warte bild schnell ich werde es nochmal langsamer machen dann überlegt euch doch also ich würde euch raten es kommen die drei werke ein bisschen vergleichen würde ich eine tabelle machen also drei kolumnen zack 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 so und ich rate euch nehmt doch als maßstab das buch mit dem ihr am meisten anfangen können aufgrund der aufgabenstellung so da würde ich mit dem buch beginnen chronologisch und stellen also seite und ein zwei stichworte mir notieren von oben nach unten also solltet noch ein tipp von mir ihr solltet in jedem buch so 10 15 stellen auswendig wissen die seiten zahlen wo zentral sind so jetzt sieht das entscheidende buch durch und jetzt baut ihr links und rechts die anderen bücher ein das heißt hier ist parallel hier ist unterschiedlich und so weiter was ich euch nicht rate ist dass ihr das eine buch abhandelt das nächste buch abhandelt und das dritte die gefahr ist sehr sehr groß dass ihr eine inhaltsangabe macht oder eine verlängerte inhaltsangabe mit zitaten und dass ihr nicht das thema im vergleich ins zentrum rückt mit meiner methode vergleicht ja permanent automatisch automatisch geht das permanent sagt hier ist gleich jetzt unterschiedlich und so weiter und so arbeitet es durch ihr habt es auch im grünen blatt stehen dazu braucht ihr aber zeit also mal 10 minuten 15 minuten wo ihr das alles zusammenstellt und nochmal der tipp seitenzahl plus zwei drei stichworte damit ihr wisst um was es geht und dann würde ich euch raten dann legt los bei der zweiten aufgabe dann habt ihr eine gute verbindung von zitaten würde ich unbedingt tun mit zitaten arbeiten da könnt ihr auch sehr differenziertes darstellen auch die unterschiede schön herausarbeiten der grammatik struktur in der wortwahl und so weiter und dann sie aber dann wirklich durchziehen als richtig durchziehen so jetzt spielen wir kurz durch 12 30 zweite also ein tipp einleitung erste aufgabe solltet ihr ist eine pflichtlektüre bei der pflichtlektüre um 11 uhr fertig sein ungefähr habt ihr eingearbeitet und 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 so jetzt kommt die zweite runde also 11 uhr trittgang ruhe und so weiter durchatmen zweite aufgabe landung so gegen 12 30 mein tipp ungefähr dann überlegt euch den schluss also ich würde euch raten schreibt auf das grüne blatt doch ideen zum schluss die ihr habt also akt beim werk bleiben mit einem tendenz zur aktualisierung so also das habt ihr euch auch überlegt jetzt ist es naja so gegen 13 uhr also jetzt ist wirklich schluss und jetzt also jetzt muss ich wirklich sagen ein toilettgang mal zum fenster raus gucken und wichtig ist atmen durch und fünf sechs sieben acht mal ganz tief atmen ein bisschen distanz gewinnen zu dem ganzen lest es durch jetzt kommt noch ein tipp von mir lese einmal ganz normal durch also ihr müsst schon ungefähr 25 30 min rechnen einfach stick normal durchgelesen fehlender werben habe ich da was doppelt das wort doppelt gebraucht und so weiter so und jetzt folgendes also meine schüler machen immer so eine klassenarbeitsanalyse die haben wissen also relativ genau ihre fehler also ich spiele mal kurz durch so schüler fehler typische schüler fehler das das einmal mit es und das andere mal mit zwei es alter fehler passiert halt bitte dann ihr wisst genau das ist mein fehler so und jetzt guckt doch schnell eure seiten durch nur auf das das oder ein anderer spezialist groß und kleinschreibung wird ignoriert macht kein guter eindruck also guckt er nur beim durchlesen groß und kleinschreibung und das hauptgebiet von fast allen schülern ist die kommasetzung total blind aber jetzt wenigstens mal ganz kurz sehen beim durchlesen beim schreiben sage ich ja nichts das ist halt so geht mir doch genau so also jetzt beim 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 durchlesen guckt doch mal bitte an die struktur setzt die kommas nahe so so und jetzt ist es so ist das ende ist nahe 13 25 28 kontrolliert noch einmal die seiten 1 bis 12 13 14 also ob das stimmt tut es bei uns ist ein gelber umschlag tut es rein atmet durch fertig jetzt gibt es noch einen punkt wo ich noch kurz erwähnen möchte es kann ja sein dass ihr in panik geraten das gilt vielleicht weniger für deutsch als mehr für matte zum beispiel da rate ich meinen schülern einmal sehr tief durchatmen also mehrfach so fünf sechs acht mal ganz tief durchatmen das eine und das zweite also wenn das dann nichts mehr hilft entspannung und anspannung also sagen wir mal fünf sechs sekunden die hände zusammen drücken ganz fest also richtig ganz fest und nach fünf sechs sekunden loslassen und das vielleicht fünf sechs sieben mal machen wenn ihr einen krampf bekommt in die hand würde ich euch raten entweder mal hier so zu drücken so so aber nicht nur zack zack einfach mal sich die zeit nehmen ganz ruhig fest fünf sechs sekunden lockern oder nach hinten biegen und jetzt um die nervosität zu bekämpfen zum beispiel oder die paniker drückt doch die die oberschenkel die beine ganz fest auf den boden also richtig richtig drücken so anspannen das merkt doch keiner ganz fest anspannen entspannen fünf sechs sekunden anspannen entspannen oder auf den tisch drücken das wäre so die 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 idee die tricks die ich euch rate wenn es wirklich mal ihr dann plötzlich der tränen nahe seid und gar nichts mehr läuft und dann würde ich euch raten geht aufs toilette und gewinnt abstand zu dem ganzen so die der zeitplan sagt mir die 20 minuten sind um ich habe es euch einen ganz kurzen überblick gegeben an tipps ist nicht sehr detailliert dass wir in zukunft gibt weitere sendung andere sendung da müssen wir ganz exakt werden anhand auch des buches ich denke jetzt habt ihr schon mal überblick jetzt drücke ich euch beide daumen ich bedanke mich bei dem bora eger muss auch kurz sagen mit ihr zusammen habe ich das buch gemacht und sie hat kontrolliert ob ich mich gescheit und verständlich wir haben ja manchmal so probleme damit verständlich in dem buch ausdrücken dort was ich nicht verständlich ausgedrückt habe kam die mail zurück versteht man nicht muss immer neu machen also das buch ist kontrolliert von deborah die jetzt hinter der kamera steht so und jetzt noch mal beide daumen gedrückt bereitet das deutsch abitur wirklich vor also nicht blind reingehen sondern wirklich strategisch durchdacht mit genauen plan wie man es machen will und dann wird es was also noch mal viel viel erfolg ein buch Bis zum nächsten Mal.